Hallo ihr süßen Puppies, ich bin's eure Jurassic Park, mal wieder live aus Berlin und das ist ein neues Video und ich habe heute eine ganz tolle Idee gehabt, die habe ich geklaut von irgendeiner komischen Beauty-Bloggerin aus dem Internet. Und zwar, ich habe mir heute meinen Ehemann Klaus geschnappt und ich habe gesagt, Klausi, heute schminkst du mich mal. Deshalb bin ich noch nicht geschminkt, wem es noch nicht aufgefallen ist, habe schon mein Schminkzöpfchen und ich habe Klausi alles schon griffparad hingelegt, das zeige ich euch jetzt mal. Und da ist schon alles nach Reihenfolge aufgelegt, äh, hingelegt. Also von daher, er muss einfach nur abarbeiten, was er wann und wie benutzt, das sage ich ihm aber natürlich nicht, das soll er ja selber rausfinden. Da, das ist der Klaus. Also ich mache jetzt die Augenbrauen weg. Du machst jetzt die Augenbrauen weg. Was soll ich denn die Augenbrauen machen? Weil du kontrolliert es heute die ganze Zeit. Aber ich kann doch überhaupt gar nicht sehen, was du machst, weil ich kann ja nicht mit meinen Augäpfeln nach oben gucken. Mal gucken, wie das so aussieht. Meinst du, das reicht auch schon? Weißt du? Die Stirn nach oben. Die Augenbrauen. So. Und dann schön in die Stirnfalten rein. Du tupst nur so, ne? Also du bestolzst meine Augenbrauen mit so ein bisschen Kleber. Du könntest einfach mal in den Mund halten, ja? Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Nein. Und die Zahnbürste, die ist dafür da, dass man keine Ahnung füllt. Ich muss immer sagen, klebt da schon ein bisschen Make-up drauf und dann gucken wir mal. Ach, nur auf die Augenbrauen? Ja, erstmal nur, dass ich mal weg gucke, ob das funktioniert hat. Das ist noch gar nicht so wirklich. Machen wir mal hier was hin. Machen wir mal da was hin. Da was hin. Mh, mh, mh. Ach Gott, das ist furchtbar. Mh. Das geht schon. Mh, mh. Der ist aus meiner Leiche. Das wird wieder nachgebessert. Ja, das ist eingearbeitet. Das ist eingearbeitet. Ja. Und jetzt machst du mir die Highlights ins Gesicht, ne? Du weißt, wo ich mal Highlights habe. Wo habe ich die immer? T-Zone. Wo ist immer ganz wichtig mit den Highlights? T-Zone. Und wo noch? Da, wo es halt nicht hell, nicht dunkel sein soll. Wo sind die meisten schlimmen Schatten im Gesicht? Da? Nein. Also... Wo sind die meisten Schatten? Da? Ja. Machen wir ein Contouring, komm. Ich bin mir ein bisschen hier, weil da ist man immer so... Na, so labial. Das sieht halt aus wie ein Weiten wie ein Tier. Ja. Die sind schon fast weg. Die Augen bauen? Ja, irgendwie nicht. Oh Gott. Wenn man die Augen zu hat, dann weiß man gar nicht, wo du auf einmal landest im Gesicht. Wie soll das dann machen? Kannst du dich auch noch mal ruhig sein? Ich guck dich an mit geschlossenen Augen. Und sag bitte vorher, wo du landest. Bitte. Stieren. Okay. Was ist denn mit... Hast du Sorgen mit den Augenbrauen? Das ist cool so. Wie soll ich das in die Falten reinkriegen, wenn ich die Augen zusammenknallt? Klaus-Henrich. Also da bin ich nicht zufrieden mit den Augenbrauen. Die sind eigentlich überhaupt nicht abgedeckt, ne? Die Augenbrauen. Ja. Die Augenbrauen. Also klar, sowieso. Ich glaube, die Augenbrauen sind nicht mehr zu retten. Wir können einfach... Warte, ich gebe ein bisschen was drüber und dann ist das gut. Du benutzt auch die Produkte so, als wäre ich so eine echte Frau, die gerade so ein Nude-Look bekommt. Du kannst schon ein bisschen mehr in den Farben drauf reifeln. Da bleibt ja gar nichts dran hängen an dem Scheiß hier. Ja, du musst einfach ein bisschen mehr. Vielleicht hält es aus mit den Augenbrauen. Du hast jetzt gerade irgendwie nur hier die obere Hälfte gerade angesprüht. Ich habe hier auch noch ein Gesicht. Das ist ja sehr feucht. Ich will nur noch mal was wegzukriegen. Geh mal noch mal in die Augenbrauen dran. Du hast ja gleich ganz so anders die Prinze, wenn du noch weiter so lachst. Soll ja auch natürlich aussehen. Soll ja auch natürlich aussehen. Soll ja auch natürlich aussehen. Ich höre in diesem Video das Wort Falten doch sehr oft. Auf Wiedersehen.